Einen wunderschönen guten Morgen. Neue Macs, die stehen hier nicht alle Tage ins Haus. In dieser Woche habe ich meinen Mac Pro aus dem Jahr 2013 durch einen Mac Mini M2 Pro ersetzt. Und weil das für mich total neu und total spannend ist, müsst ihr mit mir heute durchs Setup. Vom Schreibtischaufbau über die macOS-Software bis zum Zusammenspiel mit iPadOS.